So, dann dürfte das alles kein Problem sein. Ich laufe hier einfach mal auf der Straße, weil wir es können. Da freut sich der Commander doch sicher wieder, wenn ich den kille. Denke ich mal. Steht der hier oben? Nein, war ja mal wieder klar. Nein, absteigen. Ja, scheiße, Ziel wird beobachtet. Jetzt geht der Scheiß schon wieder los, dann kille ich erstmal den. Das müsste eigentlich gehen. Ja. Oh, das schon wieder. Blödes Teil. Geh da hoch, Junge. Meine Fresse. Oh, ja, super. Ach, fickt euch doch, ey. Noch mal. Ich hab's doch gemacht, ey. Ach, ich vollidiotisch. Ich hab H gedrückt. Noch mal. Was ist denn mit der Luftbrücke? Ah, jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch mit Helikoptern fliegen müssen. Hab ich mich noch nicht informiert, aber wär auf jeden Fall irgendwie geiler und auch irgendwie scheiße, weil ich kann nicht gut fliegen. Auch in GTA hatte ich da immer Probleme. Also eher nicht. Also eher nicht. So. Sie sind hier. Navigieren Sie mit Bewegungstaste. Okay. Ja, gehen wir mal zu der hier erstmal. So. Was, was war das nochmal? Sie sind hier. Navigieren Sie mit Bewegungstaste. Und jetzt? Ja. Was ist denn jetzt hier? Gehen wir mal da hin. Okay. Ja, da wollen wir doch hin. Mal ein anderer Ort zur Abwechslung. Auch mal was geiles. Sieht's. Ich find's. Da sieht's besser aus als in der anderen Stadt. Oder anderem Ort. Scheiße. Überall Infizierte. Das gefällt mir natürlich nicht so an der Stadt. Die Leute müssen erstmal alle abhauen. Und jetzt gibt's bestimmt gleich ein richtiges Geschnetzel. gegen diese Infizierte. James. Alright, I'm here. Let's meet up. We got a lot to talk about. You got that right. I'm sending you my location. Be careful, James. Begeben Sie sich zu Pater Guerra. Um über Mörser zu reden. I'll cross it all the lights. So, wo ist Guerra? Der ist wahrscheinlich wieder da drüben, ja. Ah, hier. Okay. 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 What you got? This way. Here. Take a look. The first outbreak of the virus started. Penn Station. Penn Station. Then, one year later. The second outbreak. One of Athena's contacts broke it down. Airborne Vectors, Waterworks, every kind of viral transmission routes. Okay, we don't have time for this. Mercers. There. You're saying the second outbreak started in the exact same place as the first? Look. Scheiße. Oh, der geht ganz schön ab. He killed them, Father. Maya and Colette. I know. We're gonna find out what he's up to. Put a stop to it. And then I'ma smash his fucking pretty face. Okay, but where do we start? I have, I have nothing. Athena has nothing. Well, we rock them through their power structure. Why, Sabrina Galloway is already in line for CFO. Sabrina Galloway. She's a plant. Mercers got her spying on Gentech. Yes, I know that name. Here. Sabrina Galloway. Gentech CFO. Blackwatch is holding a security briefing about her later today. Where? Ja, dann wissen wir ja, wo wir hingehen müssen. There. I just sent you the coordinates for Galloway's security briefing. Great. It's a Blackwatch base. Good thing I still got my Sergeant. Beginnen Sie sich zum Oberkommando der grünen Zone, um Lieutenant Rillies' Besprechung zu infiltrieren. So, los geht's, ja. Welcome to the Green Zone. I'm Sergeant Salvatore. When did the briefing start? It's been postponed. In fact, you're always running the military in this area. Every civilian... Hello, if they're in front of me, then. HQ wanted unfucked. Uh, okay. Cottonmouth 2-2 is ready for your command. When you're done, get back to your ASAP for the briefing. Happy hunting, soldier. Ja, entführen, oder? Würde ich sagen. James, are you at the briefing? I can't talk now, Father. If I don't blow shit, I'm gonna blow shit, I'm gonna get into it. GTA-Style. Talk later. Ah, mit Maus kann man auch lenken. Cool. Ich kill euch erstmal alle, ja. So. Geben sie sich zum Sammelpunkt, ja. Copperhead 2-2. Situation neutralized. Roger that. Rendezvous with the units of the designated AO-Point. Weapons at Redcon 1. Wollen wir doch erstmal dahin fahren? Das ist doch geil hier. Ich find das riesengeil, dass wir hier mit dem Panzer rumfahren können. Und die Steuerung vom Panzer ist auch ganz nice. Das ist Kodiak 2-1. Kammer recht gut. Weg da. Copperhead 2-2. Full speed to the Rendezvous point. Oh, ne. Das gibt's doch nicht je... Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Bam. Ihr seid so doof, ihr sprengt euch selber in die Luft. Kommt mal her, Brawler. So, down. Dann brauch ich nur noch einen killen. Dann wär's das auch. So. Tun sie Juggernauts. Das sind Juggernauts. Scheiße. Oh. Die gehen etwas mehr ab hier. Aber nichtsdestotrotz killen wir die locker. Gnadenlos. So, wir gehen jetzt nicht zur Brücke. Wo geht's noch ein paar Brawler? Penner. Sackdown. Gut getroffen. All this. To go to this stupid meeting. So. Du auch noch hier. Piss dich, Junge. Get the fuck off me, you big pain guggly. Begeben sie sich zu ihrem Trupp. Ich fahr ein bisserl falsch. Der Panzer sollte anders fahren. So. So. Ah, hier rein. Wir fahren erstmal alles um. So. Was geht denn da ab, ey? Hydra. Junge. Wie stark sind denn die? Wie stark sind denn die? Ich wechsle immer mit Maschinengewehr und... Das macht doch den Panzer nicht so doofer Hydra. Nur wegen nem Stein geht der Panzer nicht kaputt. So. Begeben sie sich zur Blackwatch-Basis. Mein Panzer brennt. Soll ich da nicht lieber rausgehen? Soll ich da nicht lieber rausgehen? Ich sollte da lieber schnellstmöglich reinfahren, bevor... So. Grad noch geschafft. Junge. Ah. Ah. Mein Name ist Lieutenant Clint Reilly, CallSide Castle. Ich arbeite für Colonel Douglas Rooks, CallSide Checkmate. Und wenn du das hörst, du auch für Rooks. Wir haben eine Kommunikation, die zwei P.O.I.s sind in der Green Zone. P.O.I. 1 ist Sergeant James Heller, an Escape Test Subjekt. Er ist arm, extremlich gefährlich, und ist ein Chief Suspekt in der Disappearance von Dr. Anton Körnig. R.O.E. für Heller are... Simple. Du war glared hot. P.O.I. 2 ist von... Luis Guerra, a known Civilian Agitator, Vigilante, und Terrorist. Wir glauben, dass Guerra ist aiding und abheding Heller, so R.O.E. ist das gleiche. Be on the lookout for... Intel believes that Heller is working on his way up Gentech's Powerstructure. The lucky next victim is Sabrina Galloway, Gentech's VP of Operations. Rattler 3-1, you're on Security Detail. This concludes the briefing. Dismasch. Okay, Mission abgeschlossen. Feinde und Verbündete. Und einen neuen Auftrag müssen wir auch haben. Und wir könnten aufrüsten. Genau. Ich werde jetzt aufrüsten. Natürlich. Super. Okay, dann könnten wir... Zack. Das ist meine neue Wahl. Ich meine, die Gesundheit, 75%. So. Okay. Also ich muss sagen, Abwechslung hat dieses Spiel bis jetzt auf jeden Fall. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, bis dann, Freunde. Bis dann, Freunde.